Klingt das hier mit der Kohlen? Komm schon, Platz, ich bin der Landfrucht. Möge der Herr mit euch sein. Wir wollen keine Begleitung, wir gehen allein. Was ist das für eine Sauerei? Das ist doch ohne Kolumbus ein Ei. So was gibt's nicht mehr, meinst du? Ich war mir nicht, ich nehm dir die Kohlen nur ab, damit du die Pferde nicht bestechen kannst. So, was ist mit der Kohlen? Nur die zählt. Ich hab dir noch eine halbe Million zu, schalte mir die Konkurrenz aus, da schieben wir dir den Kopf zwischen die Schultern. Scheint alles Schwachsinn zu sein. Du machst mir Angst, wenn du so bedeutsam läufst, Locke. Ist doch völlig wurscht für mich jedenfalls. Wenn die Sache beendet ist, dann hier bitte Kohlen. Hinterher gibt's noch einen Vortrag, danach gibt's was zu happern. Ein Dinner auf der Basis von Hirse. Wie wollen wir denn die Hirse servieren im Käfig oder am Fenster? Wir sind Mitglied, ohne hätten wir ne zu hohe Stimme. Wir sehen ja die Sache aus einer anderen Perspektive. Ist doch völlig wurscht, als wenn wir Pallon Jesus das sehen. Klingt das hier wohl? Furcht, dein Wurst hier ist nicht. Nein, die Sache läuft nicht. Da hab ich's unten rum, hab ich schon zu tun gehabt, aber auch Krankenschein. Ey, du ekelhafter Piranha, Blutsauger, du ekelhafte, fette Qualle. Machst du das nochmal, weil ich aus deinen Ohren ein bisschen trockne. Du hast mir den Vorschlag auch und bringst was zu fressen, sonst fahren's. Du packst immer die Feder aus der Matte. Alles raus, was keine Miete schreibt. Sag mal, hast du mal beten gelernt? Gut, hab ich's mal. Gut sei mit dir. Warum? Ich hab ne Ahnung, das weiß nur er. Und jetzt gibt's nochmal richtig Hauer mit dem Stühlchen in die Schnauze. Cool. Ich hab ne Ahnung, das weiß nur er. Ich hab ne Ahnung, das weiß nur er. Vielen Dank.